Dritte Spiel bei der Zwischenrunde im Bad Reichenhall zur oberbayerischen Hallenmeisterschaft gegen S.G. Kindau-Braunstein von Andreas Verwacker-Bordhausen C2, der war dann um 14. Das ist ein interessantes Spiel, so wie es sich bisher ergeben hat, da die Traunsteine zwei bis selben Spiele gewonnen haben. Hier ein gewonnenes Spiel. Das ist ein gewonnenes Spiel. Das kann man nicht anschließen. Das ist ein gewonnenes Spiel. Hopp! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Oh, Gott. Das war's. Das zweite Fall von Wack-Koppershausen. Das zweite Fall von Wack-Koppershausen. Für die nächste Partie noch bereit kommt SG Peterskirchen und Bad Endow. Das zweite Fall von Wack-Koppershausen. Der nächste Fall von Wack-Koppershausen. Das zweite 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 Fall von Wack-Koppershausen. Und auf geht's, bloß kein Foul. Hopp! 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 Ja! 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 Einmal! Jawohl! Jetzt kommen wir in den letzten Minuten rumbringern. Hopp! Jawoll! Jawoll! 1-0 gegen den FC Diengott Anstern gewonnen. Das Spielende! Bis zum nächsten Mal.